Lieber Gerald, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich habe spontan drei Fragen an dich und du hast jede Zeit der Welt, solange es nicht länger als 27 Minuten ist. Frage eins, was treibt dich an? Das habe ich mich auch lange gefragt. Also es hat mich natürlich wie jeden Menschen, der so in diese Welt hineinwächst, auch so eine Zeit lang so etwas wie Ehrgeiz angetrieben. Das ist aber schnell wieder weggegangen, weil ich eigentlich aus einer Kindheit komme, wo man eigentlich, ich war nie gezwungen unter Beweis zu stellen, dass ich was hinkriege. Also die haben mich einfach gelassen und deshalb bin ich da nie irgendwelchen Anerkennungen und Gratifikationen hinterhergerannt, sondern habe das gemacht, was ich dann einfach machen wollte. Und dann ist es natürlich so, dass ich mich manchmal auch regelrecht verliebe in das, was ich tue. Also das, dann hänge ich mich in irgendwas rein. Vielleicht gehöre ich zu denen, die einfach keine halben Sachen machen können. Und dann fange ich an und untersuche das Serotonergesystem im Rattenhirn. Und dann nimmt das kein Ende und wird immer spannender und dann gehen auf einmal ein paar Jahre ins Land. Dann bin ich Experte für das Serotonergesystem, habe da zig Publikationen und Kongresse veranstaltet und weiß gar nicht, wie ich dazu gekommen bin. Und dann muss ich fast aufpassen und das habe ich dann wohl auch immer geschafft, dass ich aus der Nummer wieder rauskomme. Also weil man dann natürlich sehr dazu verführt wird, wenn es dann einmal so gut läuft, dann auch immer weiter zu machen und dann taucht man immer tiefer in dieses Mausloch ab von diesem Spezialwissen, weil man dort ja auch immer bedeutsamer wird und weil man sich immer besser auskennt. Und ja, hast du dich nicht versehen, ist es plötzlich so, dass du aus dem Loch gar nicht wieder rauskommst und findest dich auch draußen im realen Leben. Also außerhalb des Serotonergesystems und all derer, die sich damit auskennen, gar nicht mehr zurecht. Das hat mir nie gepasst. Und da gibt es irgend so eine Alarmglocke in meinem Hirn, die mich dann immer wieder wachrüttet, wenn ich in so eine Phase hineingeschlittert bin. Und da habe ich mich wieder wie Münchhausen so am Schopf aus dem Sumpf rausgezogen und was anderes gemacht. Aber das hast du auch erst finden müssen, diesen Mechanismus. Am Anfang war der nicht da. Ich glaube, man kriegt ja auch als Kind und als Jugendlicher nicht gesagt, wie schnell das passiert. Und dann hängt man plötzlich drin und wenn man da nicht so einen inneren Ruf verspürt, dass es einem da irgendwie doch ein bisschen komisch vorkommt mit dieser Spezialisierung und man dann auch ein bisschen den Anschluss an die Welt und an die Lebendigkeit verliert, wenn man diesen inneren Ruf nicht hat, da kann ich mir vorstellen, macht man da ewig so weiter. Und je erfolgreicher man dabei wird, auch noch umso schlimmer. Also ich habe mir ganz früh dann auch einen Beitrag geschrieben, als ich schon auf der anderen Seite des Ufers angekommen war, die Gefahren des Erfolgs und die Chancen der Ratlosigkeit. Also manchmal ist es gut, wenn man sich auf die Unwägbarkeit des Lebens einlässt. Und nicht nur auf der Überholspur fährt. So ist das, ja. Frage 2. Was hält dich fest? Das ist ja, das ist die Frage nach der inneren Kraft, die Menschen in sich tragen und die ihnen hilft, dann immer wieder zurückzufinden. Dass wir Suchende sind im Leben, das glaube ich, kann man mit Fug und Recht behaupten. Und das würde auch genau zu dem passen, was die Neurobiologie da so in den letzten zwei Jahrzehnten herausgefunden hat. Wir wissen nicht, wie das Leben geht. Wir müssen das erst unterwegs herausfinden. Also jeder Einzelne beim Heranwachsen und auch eine ganze Gesellschaft muss das versuchen, irgendwie so einen Weg zu finden. Und das sagte schon der Name, wenn man suchen lässt, man kann sich auch verirren. Also Einzelne, ich kenne eine ganze Menge Menschen, die haben sich rettungslos verirrt. Ich habe ja viele Jahre auch in der Psychiatrie gearbeitet als jemand, der dort versucht hat, Grundlagenforschung für die Psychiatrie zu machen. Und ich weiß auch, dass es ganze Kulturkreise, also ganze Gesellschaften gibt, die sich verrennen können. Also ich will jetzt nicht gleich unsere nennen, aber so ein halbes Jahrhundert zurück, da haben wir ja gesehen, was da alles so möglich ist. Wenn Menschen glauben, sie hätten die Weisheit mittlerweile gefressen und halten sich für die Größten und dann bringen die Not und Elend und ein unendliches Leid über die Welt. Und das dauert dann bisweilen sehr lange, ehe die wieder zur Vernunft kommen. Da reicht es manchmal nicht, dass man Krieg verloren hat, sondern da vergehen nochmal Jahre oder ich nenne es immer gerne anders, da müssen nochmal zwei, drei Generationen dran wachsen, damit sich diese furchtbare Erfahrung und auch diese Besessenheit, mit der man damals eine Idee verfolgt hat, bis sich das wieder ein wenig verdünnt. Ja, das kollektive Gedächtnis geht ja scheinbar auch sieben Generationen zurück. Also da ist einiges auf Zoll. Das kommt aus dem jüdischen Kulturkreis und es kann auch sein, dass es bis es wirklich weg ist, es so lange dauert. Es geht schneller, wenn man sich, wenn die Welt, in der man lebt, dazu neigt, dass es sich mehr vermischt. Also wenn ich in meinem kleinen Dorf bleibe, nach den verlorenen Weltkriegen, dann werde ich wahrscheinlich kaum auf eine andere Idee kommen, als dass das alles furchtbar, furchtbar, dass da andere daran schuld sind, dass es so gekommen ist. Wenn ich aber dann doch irgendwie in der Welt umherfahre und andere Kulturen, andere Menschen, andere Länder sehe, dann glaube ich, geht das etwas schneller. Ja, genau. Ein Baum hat es ja relativ einfach, auf die Frage zu antworten, was ihn festhält, sagt sein Wurzelwerk. Jetzt sind die aber nachher keine Bäume. Also findest du irgendwas, wo du anderen Menschen mitgeben kannst, wie sie so Wurzeln bilden können, um sich dann wirklich festzuhalten an dem, was sie ausmacht? Ja, das sagt man dann immer so leicht daher, dass man sich mit sich selbst verbinden müsste und nicht so sehr mit den Ideen, die man verfolgt. Und das glaube ich, das ist auch wirklich die allerbeste Idee. Und dazu gehört aber auch, dass man sich zunächst erstmal die Frage stellt, was das eigentlich für Ideen sind, mit denen man sich so sehr verbunden hat, dass man sein ganzes Leben danach ausrichtet. Also die Idee, erfolgreich sein zu müssen oder besser als andere oder irgendwie etwas Besonderes leisten zu müssen, sind ja alles nur Vorstellungen. Also könnte es sein, dass das eine bescheuerte Vorstellung ist, die man vielleicht nur deshalb verfolgt, weil alle anderen auch so unterwegs sind oder weil es Papa damals so gut gefallen hat, dass man irgendwas leisten sollte und so. Ganz wunder Punkt, ja. Gefallen wollen. Ja, kann man natürlich. Ja, wir wollen ja alle bedeutsam sein und dann rasen Leute eben als Bedürftige umher und wie Getriebene und suchen Anerkennung und Bedeutsamkeit und verlieren sich selbst dabei. Und das Wurzelwerk sozusagen ist nicht mehr viel da von diesem Wurzelwerk. Und wenn da mal ein richtiger Sturm kommt, dann knacken sie auch alle um. Ja. Also diese Verbindung mit sich selbst wäre eben, dass man sich nicht mit seinen Ideen verbindet, sondern, ja und dann weiß ich nicht richtig, ich nenne es jetzt heute immer mit seiner eigenen Lebendigkeit. Ja. Ist auch vielleicht das beste Wort, weil es nicht so irreführend ist. Aber es würde heißen, dass ich mich wieder mit meinen lebendigen Bedürfnissen verbinde, dass ich auch gucke, was mich eigentlich lebendig macht und wie sich das anfühlt, wenn ich wieder sowas wie Entdeckerfreude und Gestaltungslust, Erotik und Sinnlichkeit in mir wieder erlebe und dass ich dann vielleicht sage, okay, das ist mir jetzt einfach wichtiger als der Erfolg. Hingabe fällt mir da als Wort ein. Und dann, Hingabe ist ein besonders schönes Wort. Und wenn man sowas findet, wenn man auch merkt, wie schön das sein kann, wenn man sich hingibt, auch wenn man was zu verschenken hat, dann kann ich mir vorstellen, ist das einem dann viel, viel wichtiger als dieses andere, dem man bisher hinterher gelaufen ist. Und dann verbindet man sich eben nicht mit den blöden Vorstellungen, die man da bisher verfolgt hat, die lässt man dann los und verbindet sich lieber mit seiner eigenen Lebendigkeit. Ich glaube, das ist das, was die Asiaten meinen, wenn die immer sagen, du musst meditieren und loslassen, das Gedankenkarussell. Mein Gott, das ist schön gesagt für einen, der im Westen groß geworden ist, das große Gedankenkarussell mit all diesen Vorstellungen einfach loszulassen. Das geht nicht so leicht und deshalb... Ja, aber es geht. Es geht und wir haben das ja im Augenblick über so eine Initiative aus der Akademie heraus ein bisschen versucht, als Bewegung auch aufzubauen. Das findet auch sehr viel Aufmerksamkeit und da geht es um nichts weiter, als dass Menschen auch sich selbst und andere einladen könnten, etwas liebevoller mit sich umzugehen. Das wäre schon genug. Also einfach nicht mehr das machen, was man jetzt glaubt, machen zu müssen, damit man seine Vorstellung von sich selbst und sein eigenes Selbstbild bestätigt, sondern dass man einfach mal fragt, was einem guttun würde. Und das ist meistens etwas anderes als dieses Gerammel, was man da im Hamsterrad jeden Tag abliefert. Definitiv. Ich glaube, die letzte Frage, die wird dir gefallen und du hast sie fast schon angeschnitten. Wofür verschenkst du dich? Für nichts. Das ist einfach... Das kommt so. Machen wir Freude. Also es wäre ganz blöd, wenn ich jetzt sagen würde, ich verschenke mich für mich selbst, weil es mir Freude macht. Aber ich weiß, dass ich diese Welt nicht retten kann. Ich weiß, dass ich andere Leute nicht verändern kann. Aber ich erlebe mich auch nicht so sehr als jemand, der unbedingt von anderen was haben muss. Ich bin mir selbst genug und dann habe ich was zu verschenken und das mache ich gerne, weil es einfach Freude macht. Und manchmal kriegt man ja auch ein freundliches Lächeln oder einen liebevollen Blick zurück. Manchmal hilft man mit dem, was man zu verschenken hat, auch wirklich einem anderen Menschen aus seinen Verwicklungen herauszufinden, wieder in eine Entwicklung hineinzukommen. Und das wäre dann die Voraussetzung dafür, dass sich bei dem anderen die in ihnen angelegten Potenziale, also diese Talente und Begabungen auch dann wirklich wieder entfalten können. Verwickelte Leute können das nicht. Die bleiben ewig in ihren Verwicklungen gefangen und sind dann auch eigentlich total unfrei. Und was mir einfach als sinngebend vorkommt in meinem bescheidenen Dasein ist, irgendwie dazu beizutragen, dass Menschen aus ihren Verwicklungen herausfinden und die Freiheit gewinnen, wieder lebendig zu sein. In gewisser Weise bist du ein Entwicklungshelfer. Ja, und da bin ich aber nicht allein. Das ist schön, dass du das jetzt sagst, weil jedes Kind, was auf die Welt kommt, ist ein Entwicklungshelfer. Die sind nämlich alle noch lebendig. Ja. Also solange bis wir sie verwickelt haben oder wir sie gezwungen haben, dass sie sie selber verwickeln, um unseren Vorstellungen gerecht zu werden, sind die Kinder für uns mit ihrer ganzen Lebendigkeit Helfer, die uns zeigen können, wie viel Freude es macht. Mit seiner ganzen Entdeckerfreude und Gestaltungslust, sich auch im Weg zu machen. Und viele Eltern, das haben als Großeltern nebenbei gesagt, können das oftmals noch mehr genießen als die eigenen Eltern, weil diese Großeltern eigentlich dann aus dieser furchtbaren Vorstellung befreit sind, sie müssten jetzt dich erziehen. Ja. Also ich kann das alles nachempfinden mit drei Kindern. Ich hänge da manchmal in der Rolle drin und freue mich schon, dass ich irgendwann mal Opa werde, ja. Nein, da gebe ich dir den Tipp, du könntest das auch jetzt schon. Ich tue das auch jetzt sogar schon. Wir gehen jetzt gleich wandern. Von daher, herzlichen Dank. Sehr gerne. Und war sehr spannend. Vielen Dank. Okay. Tschüss.